in dem fall minecraft ja wir sind auch zu dritt ja gut wir haben noch 49 diamanten das ist nicht viel glaub mir die sind schnell weil wir wollen ja dia pipes machen ich glaube dass die wände von unserem haus sogar noch noch dünner machen werden wir noch mehr platz nein die schafe flüchten sie ist ein schaf geflüchtet ja du bist jetzt tot oder das schaf ist jetzt übrigens gestorben werfen die wände kann man noch viel breiter machen die türen sind es ist so geil ich liebe pinke türen klar die habe ich auch gerade gemacht ohne scheiß maxi ja hallo die sind pink hallo ist wie kleines rediculous ach ja wir müssen warum eigentlich doppelt höchst obwohl naja zum glück ist der doppeltür back gefixt worden genau wie der back dass man für dings dings machen musste ja holzlabs mit einer spitze abbauen muss das war so doppeltüren back du kennst die doppeltüren back nicht ich kannte ihn wahrscheinlich ich habe ihn nur wie lange spielte schon minecraft ewig dann solltest du die doppeltüren back kennen ja wenn du mir sagst was er ist kenne ich wahrscheinlich auch dass er nun bei den bei den bei den doppeltüren der druckplatte platziert hast dann das ist aber so irgendwie ganz komisch aufgegangen sind die türen ach so ja klar den kenn ich aber ich konnte ich konnte jetzt nichts für den namen doppeltüren back anfangen da heißt es mit doppeltüren back ist halt so wir haben so viel holz ganz ehrlich deswegen habe ich auch pinke türen immer ich tue jetzt mal alles an heute kiste das kannst du aber gleich selber einsortieren in die neue holzkiste ich dort jetzt hier nicht wenn du zeugt im inventar ist höchstens auch in einen kisten rein ihr müsst nicht denken ihr legt das zeug einfach nur weg und ich sortiere es dann das müsst ihr gar nicht irgendwann eine maschine dafür wir machen das nicht irgendwann machen dass wenn das aus ausgehoben ist warum liegt das steak und gekochtes porkchop in der ich bin gestorben stimmt das sammelt ja auch jetzt so ach so ja stimmt dann hätte ich meine ganzen items ja natürlich das lag das lag doch da unten aber das gibt ja alle items die da rumliegen mit will eigentlich nicht natürlich alles was da rumliegt und dann wird das das halt mit du sollst du da unten nicht rumliegen wohl ja natürlich bin der gestorben und dann lag das da bitte das hat auch seine organe mitgenommen und dann an ärzte verkauft ja ich hätte mir genommen so eine lucha hat redstone und cobble stone jakob competitive cobble store coden verstanden nee beim dem haiones gäbe ich werde bei darauf jetzt nicht antworten Maxi ist dumm. Ich sag's gerade der ab. Ja, sag's genau der. Der sagt Maxi ist dumm, ich versteh das schon. Ich mach mal ein bisschen Strip-Mining. Wer kommt mit? Weißt du was ich hier gerade an Zeug sortier und dann soll ich auch noch Zeit für den Strip-Mining haben. Doppel kann ja mitkommen. Ich bin aktuell weg. Ich suche andere Baumarten. Ah, hier ist ne Höhle. Äh, okay, das wird scheinbar doch nix mit Strip-Mining. Ich bin nur noch verfickte Scheiße am Sortieren. Ich komm gar nicht mehr her. Stellt mir mal eine Hilfskraft ein. Wir werden bald ne Maschine bauen. Ja, wirklich sehr bald. Ja, ich weiß, man kann ja so Maschinen bauen, die einzeln sortieren und alles sich... Dafür brauchen wir halt sehr viele Diamanten. Zum Glück hab ich jetzt ne Glücksspitzhacke auch noch. Das ist total geil. Maxi, wenn du willst, kann ich ein bisschen freinehmen und mal einfach mal mit ner Dia-Axt... Ich kann mich nicht freinehmen. Die Kiste wird voller und voller. Gut, wenn du meinst, dann... Rausch, ich klatsch noch ne Kiste an die Leitung. Das geht ja gar... Geht das? Ja, das würde gehen, aber es... Da muss Maxi halt ein bisschen umbauen. Aber Maxi ist das schon. Nö, das ist ja nur ne... Ne, ne, lass mal, lass mal, weil das ist eh bald fertig. Ja, aber ich komm echt nicht mehr hinterher. Das ist, das meiste ist ja eh nur Kobbel, dann musst du halt das Ganze... Deswegen klatsch ich jetzt noch außen kurz ne Kiste hin, die kommt dann nachher wieder weg, wenn ich wieder hinterher komm. Hier ist Cola. Ne, nehm ich mal mit. Wir kriegen so viele... Alter, ich liebe diese Dia-Pick-Axt. So, wenn die Kiste voll ist, geht's jetzt an die äußere Kiste. Nur mal so, ähm... Wie schon gesagt, ich fang jetzt auch bald... Take it an und ich wollte nur halt fragen, ob ich's auf dein Kanal jetzt hochladen soll oder nicht. Ich weiß es nicht, ich will nicht zu viel Minecraft... Also, Minecraft haben, weil sonst ist das hier so ein Minecraft-Kanal. Das hatte ich jetzt nicht vor. Und wenn jetzt auch noch Take it kommt und... Normal. Und ich hab ja schon... Die Hälfte meiner Videos sind ja schon Minecraft. Ich weiß es nicht. Müssen wir später nochmal bereden. Wer denn? Es leckt! Äh... 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 Dings. Wir waren bei Filmen. Also, ich muss ja sagen, Fast and the Furious 5 fand ich einfach geil. Total schlimm. Ich fand den zweiten Teil auch nicht schlecht. Tokio Durft. Tokio Durft war der vierte. Und der war auch gut. Der war wahrscheinlich... Die Geschichte dahinter ist eigentlich total stumpfsinnig und sinnlos und eigentlich braucht sie kein Mensch. Aber ich find der Film ist einfach nur geil gemacht mit diesen unnötigen Over-the-top Explosionen und so der Geschichten. Dormil, wo bist du grad? Oder ist jemand grad von in der Nähe von mir? Nee, ich bin grad in der Höhle und bau ab. Wenn du willst, kannst du mich aber gleich mal teleporten. Ich hab... Warte, ich glaub da oben hab ich was gesehen. Warte noch schnell. Wenn du oben nichts ist, darfst du mich teleporten. Äh... Das war falsch rum. Nein! Ich teleporte dich zu Superbohne. Okay. Na, ich mach das. Nein, es war nichts falsch rum. Ich wollte nur mal gucken, was Dormil macht. Ich bin ungefähr 20.000 km vorm Haus entfernt. Guck mal, ich hab einen Gasblock. Ich bin 574 m vorm Haus entfernt. Guck mal, ich hab einen Gasblock. Ich hab einen Gasblock. Toll. Oh, extra gecheatet für dich. Nee, du hast was gecheatet. Quatsch! Silk Touch auf einer Spitzhacke. Die hab ich auf einem Level gekriegt. Diamanten! Alter, wie viele Diamanten hier sind. Oh mein Gott, ich hab ne Glücksspitzhacke. Und hier sind Diamanten. Was? Ich habe jetzt gerade 20 Diamanten. Nice! Einfach mal so Freihand. Freihand? Ja, Freihaus. Freihand. In die Freihand angelegt. Genau. 20 Diamanten einfach mal so bekommen. Richtig geil. Ich mach grad aussehen, was mit Creative, weil ich hier fucking nochmal wegfliegen muss. Warum? Creative Store. Weil von oben 20 Creeper kamen. Ja und? Dann schimpfst du halt. Das ist halt so. Great of Aus. Man darf, wir wollen hier nicht cheaten, außer bei sowas wie nach unten gehen bei uns. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Finde ich jetzt auch nicht. Also jetzt, du wirst für immer... Bei teleporten, da hört's bei mir schon eigentlich auf. Nee, teleporten ist noch okay. Ich will nur eigentlich in die Luft gucken und wissen, was da oben alles rumschwebt. Was? Das mach ich gleich mal. Maxi? Packen noch mal mehr Kisten hin und für länger die Leitung. Wir machen mal was anderes. Was? Zur Hölle? Ich fahr als Wettsdorn ab. Was? Ich will schon tun, Lomme. Ich will mit dir eine hoch oben liegende Überinsel. Du siehst doch hier so kleine Dinge, was über und zweit über und fliegt. Aber da müssen wir hochfliegen und das verziehen. Nein. Wir haben einen Riesenbaum. Stimmt. Da, den, den können wir dann aushöhlen. Da holen wir Leiter da außen dran und bauen die halt nachher wieder ab. Mit mir eine Leiter. Wir müssen eigentlich einen Fahrstuhl bauen. Können wir da eigentlich dran lassen. Gibt es eigentlich einen Fahrstuhl Mod? Nein, nein, nein. Eine Fahrstuhl Mod. Äh, äh, Dings, du bist, du bist, äh, hier, Maxi, du bist im Haus, ne? Ich stelle mich jetzt über den Abgrund. Ich wollte jetzt gerade das Glas kaputt machen. Du wärst dann selber runtergefallen, du Genie. Nein, nein, nein. Nicht um mich rum. Einen Block noch da laschen und dann... Ich spawne in dir. Dann hätte ich dich runtergeschubst. Dann hätte ich... Mein Schwert bringt dich auch um. Ich lass dich mal leben. Ich bin ja nicht so... Draußens Wasser. Nimm mal alles mit. Habe ich was mitgenommen von dir? Mh, nein. Sehr schön. Du hält... Ich... Da... Da liegt noch eine Spitzhacke vor dir. Du hast noch keine Rüstung an. Fiese. Tja, fail. Tja, fail. Ich... Also, ich lebe noch. Tja, das ist das Leben, ne? Jetzt rechnen wir noch. Irgendwann, wenn du's nicht erwartest. Irgendwann. Du bist immer noch die Hilfsschlampe. Vergiss es nicht. Ich hab Diamanten, du Arsch. Jetzt sterbe ich wegen dir. Na, ich lebe noch! Wasser, Wasser! Ah, ich lebe noch! Ich lebe noch! Ah, ich hab noch ein halbes Herz! Au! Oh, warte! Es ist gar nicht so... Hatte der Film? Okay. Warte, wo bist du nochmal? Woanders. Er ist überm Abgrund. Denk nicht mal dran! Denk nicht mal dran! Wack, wack, wack! Wack, wack! Wasser, 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 Wasser! Du bist einfach MagicCact. Ja, hol mal dein Zeug. Okay, wir töten uns jetzt nicht mehr gegenseitig. Ich glaub das irgendwie... Keine Ahnung. Ist nicht so cool. Also, jetzt so. Wir müssen zusammenhalten... Oh, warst gar nicht cool! Da warst du... Ey, nein, ich will da einfach gar nicht hin. Nee, Dings verarscht für mich die Türen. Ja, die Türen sind voll gemeint. Wer verarscht dich nicht? Die Türen sind echt gemeint, finde ich auch. Ah, ich konnte mal raus! Wir haben über 64er Steck Diamanten. Wuhu! Und ich tue jetzt sogar... Der fehlt mein Helm. Tja, so ist das Leben. Jetzt tue ich sogar die Sachen in die Öfen, weil ich so nett bin. Endlich! Weil alleine krieg ich das nicht alles auf die Reihe. What? Das war grad irgendwie... Wer klaut mir hier meine Sachen? Maxi. Ich bin am Leitern graften. Mann. Glaub mir nicht meine Sachen. Ach... Du solltest hier ja auch grad das Zeug in die Öfen. Ja... Nein. Das mach ich ja. Fuck! Es ist einfach fucked! Es ist einfach fucked! Es ist einfach fucked! Ich hätt mich grade gemutet! Es ist einfach fucked! So verfuckt! Nein! Fuckt! Es ist verfuckt! Ja, du kennst es ja nicht, oder? Dafür muss man ja das JBW verfolgen. So, es ist einfach fucked! Essen, 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 essen! Ah, ja doch, doch, doch! Ja, ähm, von hier... Fetty. Ich helfe dir mal ein bisschen einsortieren, ne? Danke! Draußen ist auch noch ne Küste, nämlich. Ne, ne, übertreibs mal nicht. Okay, ähm... Die Diamanten nochmal weg. Alter, wir haben so viele Diamanten! Und ich kann auch die Leitung kaputt machen. Oh, ja. Er wird zwar deinen mal abschmieren, aber wir haben besser Rechner als du. Ja. Sagst du! Warum zur Hölle ist Enderdust in der Redstone-Kiste und in der Magie-Kiste? Wieso sollt ihr da mal Minecraft abschmieren? Denk mal drüber nach! Äh, warum... Nur wegen den vielen Items schmiert mein Minecraft nicht ab. Doch! Ich weiß, wie viele das sind. Bis jetzt ist mein Minecraft noch nie wegen Items abgeschmiert. Wegen Explosionen schon, oder? Wegen Minecraft? Äh, Items? Glaub mir, da sind viele Items. Warum haben wir Ender... Sollen wir jetzt ändern das bei Redstone, oder? Ändert das bei... Ändert das bei Redstone. Na gut. Magie. Magie? Eigentlich ja schon. Das war aber bei Magie und bei Redstone. Deswegen haben wir... Oh my god, Leeroy! Weißer ich hier wohl jetzt schon mit Leeroy. Wo ist deine letzte Koppel? Nochmal die Koppelkiste, ne? Ich kann aufhören mit Leeroy Jenkins die ganze Zeit schreien, wenn ich irgendwelche Monster fighte. Leeroy Jenkins. Leeroy Jenkins. Leeroy Jenkins. Leeroy Jenkins. Das war irgendwie in der Tat komisch. Ja. Ja. Wenns steigt auf null. Oh, ich hab hier ein Eisenergege. Ist das Goldkuchen eigentlich? Ich weiß nicht was das ist. Ich nimm mir... Du die Sachen. Es ist weg. Es ist weg. Okay. Wer wird mitkommen? Ähm, den Baum von innen aus, also ganz oben noch auf die Spitze gehen und gucken mal was drüber ist. Ich komm gleich. Äh, warte ich muss noch ganzen Ors. Ist draußen auch wo ist noch eine Kiste mit... Wo ich die Ors alle rein tun kann. Du weißt draußen ist noch einer. Okay. Wo jetzt was 50 50 1 geht da. Soll der Magic Essence mit? Ach schon weil es erste abbaut. Ja warte, ja. Schauen wir irgendwie einen Rucksack mitnehmen? Nö. 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 Ich hab nur Äxte ganz viele. Ne eigentlich hab ich nur zwei. Naja, ein Dreiviertel. Du weißt was ich meine. Geh mal da vorne ans Bett. Nö. Nö. Ich bin schon da jetzt hab ich kein Bock mehr. Ähm, aber wir laufen außen und leitern hoch. Ja und? So weit wir können. Ah, Slimes laufen auch an. So. Ah ja, das war erste Begegnung Minecraft, da sind die Slimes bei mir auch eine... Leiter hochgeklettert. Ich hab mich gewundert, was da kommt. Und dann töt ich das und dann hab ich Slimes gehabt und wusste nicht, was ich damit machen soll. Ah, der Slime tötet mich! Ja, der macht übel free damage. Das ist ein... Ist ein riesen Slime, der macht extreme lead damage. Quail! Muck dich! Domme, du machst weiter, ne? Du bist gut dabei. Ich hab nämlich auch keine Leitern oder so. Uns folgen gerade 5 Slimes die Leitern hoch. Ey, dann nimm einfach mal ein Enchantisches Schwert, was du eigentlich immer dabei haben solltest. Ja. Hab ich auch. Ja, dann schlag damit mal. Ich hab ihn einmal geschlagen. Ja, dann ist er zweimal schlagen, dann ist er tot. Bzw. dann kommt das Kleine und danach das noch kleinere und danach ist er tot. Und danach kommt sein Peeps. Oh, 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 oh. Okay. Wuhuuu. Es ist jetzt auch gar nicht zu dunkel, ich mach mal irgendwo ne Fackel hin. Geht das überhaupt? Das mach ich schon. Das mach ich schon. Das mach ich schon. Machst du? Weil ich halt bin in der Aufnahme und... Hä, ich kenn keine... Achso, stimmt. Man muss da immer rein wollen. Warte, ich mach das, weil sonst... Oder mach du. Dann... Geh du vor, weil ich bin in der Aufnahme und dann ist es bei mir zumindest hell. Dann können die Leute was sehen. Aber ich hab keine Leitern. Ja, aber Dommel mach doch die Leitern. Du machst die Fackeln, Dommel mach die Leiter, ich mach gar nichts. Ich nehm auf. Mann, blockier mich mal nicht. Guck mal auf die Minimap. Guck mal auf die Minimap. Guck mal auf die Minimap. Ja, wir sind in einem Baum. Guck mal wie geiles Blätter da von oben aussieht. Ziemlich geil. Du kannst auch ne Axt haben. Sieht aus wie ein riesiger Haufen Rotze. Hier, nimm die Axt. Hast du die Axt? Welche Axt? Die, die ich dir zugeworfen hab. Ach, ich baue die ganze Zeit mit Porkchops ab. Ich dachte gerade, ich hab doch ne Axt, ne Eisenachs. Ja, jetzt geh. Oh. Geh. Ich dachte gerade, warum das so lange dauert, wenn ich mit Porkchops hab. Oh mein Gott, ey. Genau nicht auf Ebene 147 oder so. Das ist ja gut, wenn das nicht so ist. Ich hoffe, die Maschine macht weiter. Sonst scheiße. Ich hab dir ein Holz geklaut. Ha. Ich will das gar nicht hier. Friss. Verdammt. Du hast es nicht gefressen. Du musst nicht alle zwei Blöcke in der Fackel setzen. wenn so Youtube. Alles schwarz machen. Hier kann ich meine Fackel hinsetzen. Wuhu. Dod descrição ocke. Endlich hat er sich mal nützlich gemacht. Dieses Wort kennt ihr ja leider nicht. Haha. das war ja das stimmt was die leitern verdammt ja mach doch jetzt die scheiß fackel dahin konnte nicht setzen war blätter die gaffer blätter alter blätter dich hoch sind fucking wolken oh mein gott ficken dich die wolken etwa hier oben würde ich kein holz abbauen und keine nicht so viel blätter kaputt machen sonst fällt gleich der ganze blätterhaufen hier ab und dann haben wir keine blätter mehr im baum was laberst du wenn du jetzt so viel blätter kaputt machst dann fallen die anderen blätter auch ab hier ploppen gerade die ganze damen aus den blättern das sind wolken ja ich habe mich einfach gewundert was es ist und jetzt weiß ich was es ist komische weiße dürste jetzt sind wir hier hochgelaufen um wolken zu bestaunen ja ich gehe wieder runter ich dachte inseln egal jetzt sind wir oben das ist doch auch geil weil jetzt können wir hier oben was bauen ich komme hier oben runter springen jetzt kann ich erst mal sterben creative grad wo ich sag runter springen creative mode nicht an nein 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 echt nicht okay das ist scheiße magnet mode mach ich an wir dürfen ja magnet mode darfst du das ja ja also wir springen von hier oben ins wasser machst du mit wo ist das wasser komm jetzt zu mir hier rüben da kommst perfekt ins wasser hier andere richtung hier wart ach so dass dommel ach da ja hier kannst direkt ins wasser springen springen du zuerst ich habe angst okay ich wäre es ganz cool gewesen wenn du den unteren dann siehst und filmst das wasser ist nur 1 tief gott sein ich will aber es ist es knapp du musst nach vorne drücken sonst fall auf den boden ja toll oder mit anlauf ja ich bin schon ein bisschen weiter unten also ich will mal nach unten gucken das ist hammer geiler sprung ich glaube mein ganzes andere leute das portal ist wieder ganz wir können durch das portal gehen habe ich vorher gesagt das ist reparierter ich glaube meine achse ist weg meine ganzen guten tools ja bei mir mal kurz zum death point wo ist mein death point du bist so ein arschloch maxi ja du stand genau vom portal ja ja es ist wieder weg es ist schon nun die seite ich will jetzt erst einmal da war es kaputt gemacht habe ich nicht nein da war da mehr alter ich du hast ihm das ist es falsch ist nämlich das störbare komm mal mit du hast es kaputt gemacht nein warum ist es dann plötzlich zwei blöcke weg und du nicht achsen wir haben hä ne axt ja du hattest ne axt äh wo ist wo ist mein helm zum zum lückse meine guten tools noch da oh man jetzt war das portal ganze du machst kaputt ja ich bin da nur reingegangen junge vielleicht liest ja kaputt wenn man da reingeht nein nein normalerweise nicht ich kenne mich damit ja so ein bisschen aus ich hab mit adria zu verbissen wo sind die blöcke vom portal dann bauen wir es einfach wieder zusammen wenn du sie ja ja wir wollen dann nur noch eine tür ich brauche einen helm übrigens hier liegen schuhe im beet ja wo 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 sind meine schuhe komm her das sind meine wo sind die im beet ja jetzt hab ich bin irgendwo da umgestreut eure atem sind überall über die komplette mehr verstreut alter ich bin so ein stück vom wasser gelandet richtig kacke ich hab doch gesagt du musst unbedingt nach vorne drücken ja habe ich doch gemacht hier sind hier ist wolle aber warum bist du nicht von dem punkt daraus gesprungen wo ich gesprungen bin weil ich weiter unten waren zuvor war nach umzulaufen da müsste aber selber schuld was ist das hier ölsee ich glaube schon ich mache volle arbeit geleistet so ich brauche ein bisschen eisen alter mir steht der schwarze humor bis zum warte mir fällt was gutes ein also das ist ja kein schwarzer humor das sind ja tatsachen was bp mit meinem mit meinem humor kann ich baumwolle pflücken ah und nur schlecht aber du hast keinen humor wie geht es denn dann ich schlage gleich mal maxi weil du einfach zu retard bist du nichts zu verstehen das ist magie ok oh magic wir müssen wann ist diese scheiß maschine endlich fertig das dauert ja ewig klein ihr müsst mir aber helfen 23 minuten folge folge vorbei übrigens leute ich mache noch kurz den death point weg waypoints remove remove zack ok und ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat könnt ihr den daumen hoch geben wenn ich dann schreibt mir einen kommentar warum tschüss und bis zur nächsten folge bye bye